Hallihallo liebe Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur fix sagen, für jeden, der heute Abend oder heute Nacht nichts vorhat, aufgrund welcher Umstände auch immer und nicht ganz alleine sein möchte oder so, ich werde heute ab 23 Uhr streamen, über Mitternacht hinaus, das heißt, wer einfach Silvester-Neujahr nicht ganz alleine verbringen möchte, der ist herzlich eingeladen, beim Stream dabei zu sein. Was ich genau mache, ist noch nicht so ganz bekannt, vielleicht reden wir, vielleicht spielen wir, mal schauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und ansonsten viel Spaß bei dem Video. Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, Scribble Yo, ich wollte Rocket League sagen, mit dem Manu, dem Zombie, und dem Maudado. Oh Gott, er lehnt sich. Er verwandelt sich. Im Auto. Ich weiß auch noch nicht. Nee, das passt nicht, warte. Er ist so. Bauarbeiter? Nein, 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 nein. Nee, nee, die Hutpomp. Egal. Warte, das ist nicht mehr zu retten. Cowboy, Lasso, Cowboy. Wie hieß denn der Gangsterjäger voll in Fahrt? Brumm, Brumm. So hieß er. Oh Gott. Ja, 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 okay. Aber geil, Vogel. Hör aufzumalen, aufzumalen. Hör aufzumalen. Hör nicht aufzumalen. Nein, mal weiter, mal weiter. Oh mein Gott, wie, Alter. Also, das Auto hat mich echt weggebracht von dem Begriff. Ach, du Kacke. Ja. Schade, dass der Begriff nicht perfekt dazu gepasst hat. Das wäre schon nice gewesen. Oh mein Gott, es ist etwa Brumm, Brumm. Body, Body Bill. Body Pack. Six Pack. Six Pack passt auch nicht. Edgar, Edgar. Schwein. Fett. Spare Rips. Alter, was war das? Einwahrtsfunktion, sorry. Modder, der hängt sich rein. Ein Golem. Oh, 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 oh. Oh, hallo. Iron. Ah. Ja. Hör aufzumalen. Aufhören. Aufhören jetzt. Können wir nicht aufhören? Ey, das reicht schon. Nein, nein, das reicht schon. Es reicht. Zwei haben schon. Ich wollte schon wieder Hongkong schreiben. Ach so, danke. Ich werde mal nicht drauf gekommen. Was soll das da oben werden? Ein Flugzeug. Ah, okay. Doppeldecker Flugzeug. Rotes. Warum war es dann schwarz? So konnte ich es dann nicht erkennen. Weil ich noch nicht fertig war. Ach so. Ich weiß, was soll ich denn jetzt? Wow, wow. Stahlisch. keine folgen kaputt mit fortnight ist doch und dann kam auf einmal blitz auf einmal kann was anderes tut das weh und dann ist auf einmal das tut das weh ein stein und danach danach habe ich das da an einer anderen stelle auf einmal macht gar keinen sinn aber ist egal und dann guck ich so und daraus entwickelt sich etwas anderes das ergebnis geht ich dachte was ihn trifft ich wollte nur meinen mund traurig machen das war das geräusch was ich gemacht habe die monaten diese taste nicht benutzen auf einmal heute hat er sie wieder entdeckt ich habe die am anfang der letzten folge ran geholt weil wir darüber geredet haben und ich war anscheinend ganze zeit gemütet nein bitte kein ort wieder ach du kacke ich weiß nicht wie das hier alles aussieht tut mir leid ja machen feierendlichen ja russland nee doch krass das hätte ich auch gedacht sowieso soweit bin ich schon mal es ist wieder auto also leute das ist ja noch weiter ja ja klar ich habe keinen platz mehr eine ampel und und asien ist ja schon abeinander wenn europa und afrika steht ja ich habe einfach eine scheiße geschrieben ja anscheinend scheiße geraucht deine eigene scheiße ich wünsche ich könnte meine eigene scheiße rauchen ich wünsche doch also deine kühlschrank er hat einen kühlschrank eine lebfasssäule vielleicht schreibt man die auch mit schafem s nein oder ist es ist es wirklich das was ist also ein werbe plakat ja das wirklich ein werbeplakat vor allem hat er mir nicht mal gesagt dass es close ist es ist ja es war wirklich ja ja klar das macht scribble gerne das ist echt asozial hätte ich nie so geschrieben das wort niemals okay wie mal ich bin diesel boxbox ich habe nur drei buchstaben gesehen da musste man box eingeben und werden vorhin boxen und das war noch in meinem gehirn gebacher so abel aber 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 ich weiß es weiß ich nicht ich weiß es auch klaus ich hab dich ich glaube die beiden wissen ich glaube ich habe das auch mal gemacht und wusste die alle nicht was das ist ist es ist ein märchen auch falsch im kopf also man weiß es auf keinen fall ach die Apfelsorte ja 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 nein man nennt eine stadt so es gibt eine stadt die heißt der big apple in asien okay ich hab's in der ampel New York okay okay ich habe was gutes ist das was gutes oder was gutes zu rache ich kann jetzt ein youtuber aber das mache ich nicht ein youtuber aufnahme okay 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 das mache ich für klaus das mache ich für klaus nur für mich nur für dich doch das ist arg erraten dies zuletzt richtig hast schon richtig oh warum schwarz nein es ist nicht Terranekme du hast gelogen und jetzt noch mal paludens rote augen und dann ist er auf einmal hier drin otter ah ich hab's hä es ist nicht die aus dem dnavlog 4 wo er aus dem bett kommt und jorge schreibt jorge oh ne nein ich dachte du musst dir aber direkt die ganze Zeit an os schreiben ja ja ich glaube ich weiß es ne ok scheiße äh ja wenn du wenn du besiegt wurdest dann wachst du wieder eigentlich auf dein speicherpunkt auf und nicht im bett aber nein 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 es ist sogar ein story also was am ende der story passiert ok ok ja aber wiedergeburt ist es nicht also richtig sondern eine ja ja hab's rhein ein einkarnation 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 wie schreibt man das ich hab's richtig geschrieben rhein 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 Oh, ne Biene, er wird, Messer, Blut, Stich, Stechen, Stabbing, Stabbing, klingt wie so ne Sexualfraktik, Stecher, Stechi, hä, was denn? Nein, nein, wie man direkt weiterdenkt, Alter, zomi sieht Messer, denkt sie Mithel. Ja, Stechen unter dem Messer. Komisch, dass er das beschreibt, was er sieht beim Montagsmaler. Das ist echt komisch. Sehr, sehr merkwürdig. Ihr habt Montagsmaler gesagt, anstatt Scribble I.O.? Ja, so viel einfacher Scribble I.O. zu sagen. Ja. So, mehr male ich nicht. Stricher. Ja, dann würde ich auch nicht mehr mehr schreiben. Komm, 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 komm. Okay, okay, okay. Ja, flache Erde, keine Ahnung. Lüge. Gini, nein. Aber hier in die richtige Richtung. Ich hätte jetzt an Gurke gedacht. Ja, Gurke ist gut. Ja, Gurke habe ich schon mal aufgeschrieben. Ja, ja, okay. Cornichon. Oh Gott. Achso. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Blub, blub. Ja. Ich war der Typ, der hier Gurke vorgebracht hat, ja. Junge, Gurke hatten wir schon ewig geschrieben. Wir hatten beide Gurke vor dir geschrieben, bevor du gesagt hast. Nee, das ist eine Lüge. Ich guck nicht in den Chat. Ja, das fällt uns auf, sonst hättest du es nicht so spät gesagt. Boah, ist das eine fette. Alter, wie redest du über meine Mutter? Kann man die kaufen? Ja, was soll das denn jetzt? Die Gurke irgendwo reingeschoben? Ja. Mund? Mund? In meinen Mund? Ich dachte tatsächlich in meinen Mülleimer. Ah, das ist, ich dachte schon, das wird irgendein komisches Strichmännchen. Ah, okay. Weiß nicht, was das ist. Falsch geschrieben, ich schreibe es mal anders. Kompost ist, nee ist es nicht. Mal aber irgendein Symbol drauf, so. Atommüllzeichen. Ah. Hä? Das ist doch perfekt. Das Zeichen. Hä? Äh? 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 Da und noch die haben wir eine, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hab. Was machst du jetzt mit deinem Biomüll? Essen. In normalen Müll? Ja, es gibt nicht in allen Kommunen äh, Biomüll. Ich zieh um. Ich hab keinen Biomüll, ja. Ich zieh um. Bei mir gibt's Biomüll. Bei meinen Eltern muss, bei meinen Eltern musste ich auch noch äh Milchpackungen trennen, die schmeiß ich hier auch in den normalen Müll. Was? Hä? Warte. In Luxemburg, also bei meinen Eltern. Warte, warte, nee, was hast du da Milchtüten gemacht? Was machst du jetzt mit denen? Also ich, ich steh um den normalen Müll. Als wär grad irgendwie im Verhörer. Ja, warte, 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 was ist normaler Müll? Ja, Haushaltsmüll. Komm, Milchtüten nicht in, äh, äh, nicht in den gelben Müll. Was ist gelb? Äh, gelbe, gelbe Tüte, gelbe, gelber Sack. Du kannst auch so mal nochmal. Ja, das wollte ich auch schreiben, ich weiß nicht, wie man die schreibt. Also gelber Sack ist, äh, doch Plastik. Ja, es sind Milchtüten nicht aus Plastik. Auch, aber nicht nur. Hm. Was, was sind die noch? Es ist wirklich nicht. Ein bisschen Pappe. Nee. Jalapenius hab ich, äh, hab ich auch nicht. Hm, lecker. Sehr lecker ist das, sehr, mach ich sehr gerne. Es heißt, es heißt auch immer, dass man Milchtüten nicht in den Pappmüll tun soll, weil die von innen mit Plastik bedingt sind. Müll krieg ich nicht. Ich hab's schon geschrieben. Ich hab's schon geschrieben. Nur falsch. Ich hab's schon geschrieben. Ich hab's schon geschrieben. Nur falsch. Ich hab's schon geschrieben. Nur falsch. Ich hab's schon geschrieben. Ich hab's schon geschrieben. Nur falsch. Ich hab's schon geschrieben. Nur falsch. Achso. Ja, ich hab auch ne eigene Kuh im Haus stehen. Richtig. Ich hab Klaus Wort gelesen gerade. Was? Ach so stimmt, der hat's falsch geschrieben. Oh doch, ich hatte eine. Boah, Jalapenia. Alter, Alter, wie hast du das geschrieben? Ich, ich mach mal einen auf Manu. Leute, ich zeichne nix. Ja sing. Ja sing. Erzähl. Schluck. Geiler. Was soll das denn sein? Ja, Mario Maker. Wo kommt's denn sonst her? Okay, der sieht überhaupt gar nicht so aus. Ich kann es wieder nicht verstehen. Ich kann Klaus nicht verstehen in diesem Spiel. Ja, genau. Du bist ja noch nicht verstanden, also. Ja, aber du verstehst ihn irgendwann immer. Ich versteh ihn bis zum Ende nicht. Ich hoffe, ich verstehe es, sonst ich habe hier einen Knopf, den werde ich drücken. Und den habe ich noch nie gedrückt. Er ist ein UBU-Krokodil. Das ist kein Krokodil. Was ist das? Was ist das? Ich sehe irgendwie Donald Duck, aber ich weiß nicht. Ja, das ist schon mal gut. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Goofy. Goofy. Goofy und Goax. Oh mein Gott. So schlecht ist der Hinweis aber gar nicht. Ja. Irgendwie konnte ich dir das Gesicht von dem nicht ganz machen. Tut mir leid, Maudato. Du hast mich nicht verstanden. Alles gut. Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen drei verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.